wir haben 1.700 abonnenten erreicht wie wild ist das denn wir haben es gesagt jetzt fokussiert man soundboard nicht mal danke dafür dreckselgato wir haben es geschafft oh mein gott es ist so crazy wir haben wirklich es geschafft und 1.700 abonnenten es heißt auf die runde es heißt auf alles wir haben es wirklich geschafft 1.700 abonnenten ich muss mich bewegen wir sind selbst afk aber es ist so dermaßen crazy oh mein gott es kann es nicht glauben ist immer mal stream deck abgestürzt so crazy ist das kommt jetzt klappt doch damit ich jetzt einen soundbeam anmachen kann zweiter versuch vielleicht klappt er jetzt crazy und dann oh mein gott wir haben auch gerade vom zusauer vielen vielen tag euch dass ihr einfach abonniert habt es ist unglaublich oh mein gott es ist wirklich crazy also und jetzt klappt es oh mein gott herzlichen dank an alle die ja als abonniert haben es ist ganz klar anleihen meinstlein auch wenn es zu kleiner ist aber es ist ein meilenstein der passiert ist wir haben es gesagt wir haben jetzt 1.700 abonnenten es ist eine große große zahl weil ja jede 100 abonnenten die wir haben ähm es bild hat sich mein streamlack wieder aufgehangen für mich ist das verabschied irgendwie hängt es zur netzzeit also ich glaube mal bezieht es auf den mann streamlack wo hast du auf jeden fall vielen vielen lieben dank liebe leute fürs abonnieren ähm ich gebe einfach mal einen applaus der ja einfach euch gehört und zwar zum rest also oh mein gott als ob das jetzt in dem stream einfach ablief also es ist wirklich crazy bei 1000 abonnenten nicht egal war es mit dem streamlack einfach schlapp gemacht hat aber vielen vielen dank an alle die abonniert haben die jetzt ermöglicht haben dass wir jetzt 1000 abonnenten haben das netz selbstverständlich das war uns auch er wird kein abos besserer sein aber diesen kleinen stream aus mit wert ist assovieren als aus und auch wieder hochladen und in dem sinne sage ich vielen vielen dank bei 1700 abonnenten es wird auf dem kanal wunderbar weiter gehen und dieser neue meister ist eine motivation mehr vielleicht haben wir ja diesen monat sogar noch 7.800 abonnenten es wäre ja sehr wild man darf ja ein bisschen schreiben ne so in diesem sinne danke für's zusehen macht's gut bis dem nächsten mal und vielen dank für 1700 abonnenten